Bad Münster geparkt. Jetzt der Aufstieg zum Roten Fels. 2 Grad plus gefühlt und auch effektiv, aber ein bisschen Sonne immer. Danke. Da musst du ein bisschen langsamer machen, da wird es steil. Ja, rutschig. Oh, vielen Dank. Konntet ihr euch nicht entscheiden, oder? Danke. Das ist gleich ein Baum, oder? Ja, okay. Ich habe noch gesagt, ich muss Akku vor meiner Kamera wechseln. Wahh. Wohh! rechts 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 irgendwo ich glaube wir müssen rechts rum danke schöne Stimmung mit Sonne aber scheiß kalt ja der letzte Trail ging nicht so fahren da haben die irgendwelche provisorischen Holzzäune um das Gebiet gelegt da hat man jetzt gerade ein bisschen Probleme gehabt ja 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 Bis zum nächsten Mal.